Also jetzt sind wir hier auf der Valdeco. Grillkoche, den neuesten Briller, den es da oben gibt. Drei verschiedene Smoker, ganz spezielles Fleisch, ein wunderbares Salatbuffet gibt es. Ich bin eingeladen vom Göttibube heute. Und schau mal, wie schönes Fleisch es da gibt. Und da kannst du holen, soviel wie du willst, soviel wie du willst, für einmal etwas zahlen. Alles ist dabei hier. Eins kann ich euch sagen, das ist jetzt jedes Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und da komme ich jetzt immer besser und ich hoffe das mit dem Göttibube immer einlebt. Eure Maxi Pizzli.